5.719 zu 47 Die Gunners schmeißen sich in alles rein. Dieses Mal gritscht Sokrates Papastatopoulos Willian den Ball vom Fuß, spielt seinen Gegenspieler damit an und holt den Abstoß. Die Aktion feiert der Grieche wie ein Tor und die Fans feiern mit. 5.619 zu 45 Arsenal ist es in dieser Saison nur dreimal gelungen hinten die Null zu halten. Heute machen sie defensiv aber ein super Spiel und könnten mit ein bisschen Glück das vierte Mal die Null halten. 5.319 zu 43 Willian zieht von rechts im Strafraum minimal in die Mitte und probiert es mit einem Schlenzer, wie letzte Woche gegen Newcastle. Allerdings steht Markus Alonso im Weg und blockt den eigentlich gefährlichen Versuch. 5.119 zu 41 Übrigens hat Maurizio Sarri seine Bankspieler bisher noch nicht einmal zum Aufwärmen geschickt. Der Italiener scheint größtes Vertrauen zu haben, dass seine elf Spieler die Partie noch umbiegen können. 4.919 zu 39 Mann sieht den Gästen klar an, dass sie das Ergebnis wettmachen wollen. Allerdings geht es immer wieder über die Flügel und dann hoch in die Mitte. Das stellt Koscielne und Papastatopoulos gegen Hazard und Kanti allerdings vor keinerlei Probleme. 4.719 zu 36 kann Chelsea noch einmal zurückkommen oder bringt Arsenal das Ergebnis ins Ziel und verkürzt damit den Abstand auf die Blues. 4.619 zu 35 weiter geht's. Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften wieder auf den Rasen. 4.619 zu 34 an Pfiff zweite Halbzeit. 4.519 zu 24 Halbzeit. Nach einem spektakulären ersten Abschnitt geht es mit einem 2 zu 0 für den Arsenal FC in die Kabinen. Die Hausherren haben von Beginn an gezeigt, dass sie die drei Punkte heute unbedingt holen wollen. Sie setzten die Blues schon früh unter Druck und kamen immer wieder zu guten Chancen. Trotzdem benötigten sie zwei Standards, um ihre Tore zu erzielen. Da aber auch Chelsea nicht nur hinten drin stand, sondern mit zunehmender Spielzeit immer offensiver wurde, gab es auf beiden Seiten viele gute Chancen zu bestaunen. Wenn die Teams im zweiten Abschnitt auch nur annähernd an die ersten 45 Minuten anknüpfen können, darf man sich auf die zweite Halbzeit freuen. 4.519 zu 18 offizielle Nachspielzeitminuten, 24.519 zu 17 Pfosten durch Marcos Alonso. Erneut kommt die Ecke von der rechten Seite an den Fünfer. Dieses Mal steigt Marcos Alonso höher als seine Gegenspieler und nickt das Spielgerät mit viel Gefühl aufs lange Eck. Die Murmel knallt an den Pfosten und anschließend können die Gunners klären. Bernd Leno hatte da Glück, denn er hatte nicht den Hauch einer Chance, den Ball zu halten. 4.519 zu 16 Nach einer Ecke von der rechten Seite kommt Rüdiger am kurzen Pfosten zum Kopfball. Der Innenverteidiger ist aber im Seitwärtslauf und bekommt den Ball nicht platziert. 4.219 zu 14 Arsenal hat sich mit dem zweiten Treffer für eine sehr starke erste Halbzeit belohnt. Dabei ist aber besonders die konzentrierte Defensivarbeit der Grundstein für die 2-0-Führung. 3.919 0-9 Tor für Arsenal FC, 2-0 durch Laurent Koscielny was für ein krummes Ding. Eigentlich können die Blues die Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld locker klären, aber Papastatopoulos bringt den Ball sofort wieder hoch vor den Kasten. Da alle Chelsea-Spieler dabei waren herauszurück, ist Koscielny komplett frei und setzt aus etwas über 5 Metern zum Kopfball an. Am Ende trifft der Kapitän die Pille zwar nur mit der Schulter, doch von der fliegt die Kugel unhaltbar ins rechte Eck. 3.719 0-9 gelbe Karte für David Luiz, Chelsea FC Der Brasilianer gritscht seinem Gegenspieler mit offener Sohle in die Parade und bekommt dafür zu Recht die gelbe Karte. 3.619 0-9 Pierre-Marie Aubameyang artistisch Obwohl Chelsea links hinten in Überzahl ist, kann Kolasinac von der Grundlinie flanken. Etwa am Elfmeterpunkt findet er Aubameyang und der Gabona setzt zum Fallrückzieher an. Er trifft das Ding zwar nicht perfekt, aber bringt die Kugel trotzdem gefährlich Richtung Kasten, aber knapp daneben. 3.419 0-6 zum ersten Mal Seit längerer Zeit nimmt sich das Spiel eine kleine Auszeit. Doch David Luiz scheint da nicht viel von zu halten und spielt wieder einen seiner langen Pässe in die Spitze. Das Anspiel auf Petro ist allerdings ein Stück zu lang und Leno schnappt sich das Leder. 3.119 0-2 die Offensivreihe der Blues bekommt keinen Platz. Auch wenn sie sich mal versuchen fallen zu lassen, um mehr am Spiel teilzunehmen, rücken die Verteidiger der Gunners mit raus und folgen den Dreien auch bis in die andere Hälfte des Feldes. Besonders Eden Azar hat dabei eine extra Bewachung. 2.919 0-1 Nächster Abschluss der Gastgeber Nach einem frühen Ballgewinn hat Aaron Ramsey vor der gegnerischen Box viel Platz und schließt aus über 20 Metern ab. Sein Schuss ist allerdings relativ zentral und Kepa ist zur Stelle. 2.718 zu 59 Guter Konter der Gunners Lakerzette erobert den Ball im eigenen 16er und dann geht es ganz schnell. Am Ende wartet Ramsey am linken Strafraum Mack bis er von Torrey herhinterlaufen wird. Der Uruguayer bekommt die Pille in den Lauf und bringt direkt den Pass in die Mitte. Dort ist Jorginho in höchster Not noch vor Aubameyang an der Kugel und kann den zweiten Gegentreffer damit verhindern. 2.418 zu 56 Jorginho aus der Distanz Nachdem die Hausherren eine Flanke nur unzureichend klären können, kommt Jorginho im Rückraum an das Spielgerät. Der Sechser probiert es aus der zweiten Reihe und haut das Ding über das Gehäuse. 2.218 zu 54 Alexandre Lakerzette will es wissen. Nach einem Konter zieht der Franzose auf der rechten Seite kurz das Tempo an und sieht, dass Kepa relativ zentral im Tor steht. Deshalb probiert er es vom Strafraum Mack einfach mal, aber zielt etwas zu weit über den Kasten. 2.018 zu 52 In diesem Derby ist richtig Feuer drin. Dabei geht es keineswegs unfair zur Sache, sondern beide Teams zeigen ihr Potenzial im Angriff und setzen den Gegner immer wieder früh unter Druck. 1.818 zu 51 Auf der Gegenseite die dicke Chance auf den Ausgleich David Luiz spielt einen seiner gefürchteten hohen Pässe über die gegnerische Abwehr und findet damit Pedro. Überloopt den herausgeeilten Leno und das Ding tickt nur ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. 1.718 zu 49 Aspili Kuetta lässt sich von Aubameyang viel zu leicht den Ball klauen und muss dann hinterher. Im Strafraum lässt Aubameyang dann sowohl Rüdiger als auch Aspili Kuetta alt aussehen und kommt aus spitzen Winkel von links zum Abschluss. Kepa hat aber mitgespielt und das eckdicht gemacht. 1.618 zu 48 Die Führung der Gunners geht nach der Anfangsviertelstunde vollkommen in Ordnung und ist das folgerichtige Ergebnis ihres hohen Drucks. 1.418 zu 44 Tor für Arsenal FC 1 zu 0 durch Alexandre Lacazette Was für ein Tor von Alexandre Lacazette. Nach einer kurz ausgeführten Ecke bringt Hegda Bellerin die Kugel an den kurzen Posten. Dort steht Lacazette, nimmt den Ball perfekt an, zieht an einem Gegenspieler vorbei und schweißt das Leder aus spitzen Winkel oben rechts in die Maschen. 1.318 zu 44 Kepa steht goldrichtig. Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld kommt Koscielny zum Kopfball und scheitert am super stehenden und reagierenden Kepa. 1.218 zu 43 Beide Teams setzen den Gegner schon früh unter Druck. Dadurch ergeben sich hinter der ersten Pressing-Reihe größere Räume in die es gilt hereinzufinden. 918 zu 41 Erstmals können sich auch die Blues in der gegnerischen Hälfte festsetzen und direkt kommen sie zum Abschluss. Nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld löst sich Hazard sehr gut von seinem Gegenspieler und nimmt die halbhohe Hereingabe direkt. Sein Schuss mit dem rechten Innenriss geht allerdings ein gutes Stück am Kasten vorbei. Trotzdem ein gutes erstes offensives Zeichen. 818 zu 39 Die erste Ecke führen sie kurz aus und die Flanke wird sofort wieder zum Eckball geklärt, aber die zweite sorgt für Gefahr. Erneut wird Jacka kurz bedient und flankt sofort in die Mitte. Am langen Pfosten steigt Papastatopoulos höher als alle anderen und köpft nur haarscharf am rechten Pfosten vorbei. 718 zu 37 Die Gunners bauen mächtig Druck auf. Bisher springt dabei allerdings noch nicht viel heraus. Jetzt holt Aaron Ramsey zumindest mal einen Eckball heraus. 418 zu 36 Erste große Möglichkeit Hegter Belerin schickt La Kazzette rechts außen auf die Reise. Vom Flügel bringt der Franzose die Kugel scharf in die Mitte und findet Aubameyang. Doch der ehemalige Dortmunder trifft das Ding überhaupt nicht gut und das Spielgerät kohlernt nur auf den Kasten. 318 zu 33 Arsenal beginnt furios und drängt Chelsea erst einmal tief hinten rein. Viel ist dabei allerdings noch nicht herausgesprungen, weil die Abwehr der Blues im letzten Moment doch noch einen Fuß dazwischen bekommt. 118 zu 32 Los geht's! Arsenal hat das 197 Derby angestoßen und probiert es direkt offensiv. Eigentlich kann David Luiz den Ball sofort abfangen, aber der Brasilianer spielt einen ungenauen Pass und gibt das Leder direkt wieder ab. 18.29 es ist angerichtet. Die Spieler stehen bereit, es kann also gleich losgehen. 18.29 Schiedsrichter der Partie ist Anthony Taylor. Für den Engländer wird es bereits der 213. Einsatz in der Premier League sein. An den Seitenlinien unterstützen ihn bei der Spielleitung Gary Bieswick und Adam nun. 18.27 bei Chelsea ändert sich in der Startaufstellung nichts. Damit ist Eden Hazard auch heute wieder der Mann vorne drin, der für Tore sorgen soll und nicht Olivier Giroud oder Morata. 18.26 Una Emery ändert seine Startelf im Vergleich zur Niederlage gegen West Ham auf gleich drei Positionen. Hektar Bellerin, Lucas Torreira und Aaron Ramsey rücken neu in die Anfangsformation. Dafür müssen Skodran Mustafi, Einzli Maidland, Niles und Alex Iwobi auf die Bank. 18.21 eine Personalie hat im Vorfeld des London Derbys für ordentlich Furore gesorgt. Peter Zech, der heute erneut auf der Bank sitzt, wird im Sommer seine Karriere beenden. Damit wird ein ganz großer die Fußballbühne verlassen. Kein Premier League Torhüter hat so oft zu Null gespielt wie der Tscheche. Nach 15 Jahren in der Premier League, in denen ich alle Titel gewonnen habe, die es zu gewinnen gibt, habe ich das Gefühl, alles erreicht zu haben, was ich erreichen wollte, begründete der Torhüter seine Entscheidung. 18.17 Uhr in Bezug zu Mesut Özil, der unter dem neuen Trainer noch keine allzu große Rolle gespielt hat, nahm Una Emery im Vorfeld der Begegnungsstellung, ich denke darüber nach, wie er uns in diesem Jahr mit guten Auftritten helfen kann. Er hatte Verletzungen und war nicht in der Lage, alle Spiele zu machen, aber jetzt, nach diesen zwei Wochen wird er vielleicht am Samstag dazu in der Lage sein. Ausgehend von dieser Aussage ist der Bankplatz für den Deutschen natürlich wenig überraschend. 18.12 Uhr aber nicht nur die Form spricht für die Gäste. Auch im direkten Vergleich hatten die Westlondoner zuletzt klar die Nase vorne. Von den letzten 14 direkten Aufeinandertreffen konnten die Gunas nur eines für sich entscheiden. Der letzte Liga-Sieg Arsenals gegen Chelsea war am 24. September 2016. Damals konnten die Nordlondoner das Derby mit 3 zu 0 für sich entscheiden. Die Treffer erzielten Alexis Sanchez, Theo Wolcott und Mesut Özil. Davon ist bekanntlich nur noch der Deutsche bei Arsenal. Der Zehner sitzt heute aber zunächst nur auf der Bank. 18.04 Uhr Chelsea wird es ihnen aber natürlich nicht leicht machen und zusätzlich motiviert sein. Im London-Derby einen direkten Konkurrenten um die Champions-League-Plätze distanzieren zu können wäre natürlich eine Genugtuung. Die Blues dürfte die Sache auf jeden Fall mit einer Menge Selbstvertrauen angehen. Schließlich sind sie in der Liga seit vier Partien ungeschlagen. Dabei feierten sie drei Siege und mussten sich nur gegen Southampton mit einem Unentschieden zufrieden geben. Am letzten Spieltag konnte die Mannschaft von Mauricio Sarri einen 2 zu 1 Sieg gegen Newcastle bejubeln. Die Treffer erzielten dabei die schnellen Offensivspieler Willian und Pedro. 17.56 Uhr doch die Form der Gunners war zuletzt alles andere als überzeugend. Zwar konnten sie sich schnell von der 1 zu 5 Klatsche gegen Liverpool erholen und besiegten danach Fulham deutlich mit 4 zu 1, aber das letzte Ligaspiel ging erneut verloren. Gegen West Ham mussten die Nordlondoner eine 0 zu 1 Niederlage einstecken und haben damit ein wenig den Anschluss an Chelsea verloren. Das soll sich heute im direkten Duell natürlich wieder ändern. 17.49 Uhr für Arsenal ist die Begegnung heute immens wichtig, wenn sie in der kommenden Saison in der Champions League spielen wollen. Vor dem Spieltag stand das Team von Una Emery auf dem fünften Rang. Der Abstand auf Platz 4, auf dem im Moment Chelsea steht, beträgt nur 6 Punkte. Mit einem Sieg im direkten Duell könnten die Gunners den Abstand auf 3 Punkte verkürzen und den Druck auf den Londoner Rivalen deutlich erhöhen. Aber nicht nur für den Kampf um die Champions League brauchen sie Punkte, sondern auch um überhaupt einen internationalen Platz zu belegen. Denn Manchester United ist unter dem neuen Trainer wieder deutlich verbessert, liegt im Moment gegen Breiten. Um das zu verhindern ist ein Erfolg heute eigentlich schon Pflicht. 17.31 Uhr Hallo und herzlich willkommen zum 23. Spieltag der Premier League Um 18.30 Uhr kommt es dabei heute zu einem richtigen Topspiel. Schließlich empfängt der Arsenal FC den Chelsea FC zum London Derby. Doch nicht nur das, es ist auch ein direktes Duell um die Champions League-Plätze. Dann kann er sich in eins aufh Wysehen kommen. 12.50 Uhr. Silviem. 12.50 Uhr. 21..50 Uhr. 21.000 Uhr. 23.00 Uhr. 24.00 Uhr.